Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Kameranews und ich habe mir gedacht, da es gerade so ziemlich Sommerloch ist, weder Nikon, Canon noch Sony haben irgendwie was wirklich interessantes geliefert diese Woche. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich heute mal eine Spezialfolge Thema GoPro. So wie jedes Jahr wird sehr wahrscheinlich auch dieses Jahr so Mitte September um den 15. herum eine neue GoPro erscheinen, die GoPro Hero 11 sehr wahrscheinlich. Ich habe mir mal so ein paar Gedanken darüber gemacht, was man davon erwarten könnte, was ich persönlich mir davon erwarte, damit sie vielleicht auch für mich interessant wird und was vielleicht auch schon bekannt ist. Fangen wir vielleicht erstmal damit an, was schon bekannt ist zum Thema GoPro dieses Jahr. Der CEO, Nick Woodman heißt der, hat im Laufe des Jahres bekannt gegeben, dass dieses Jahr neben der klassischen GoPro Reihe, der GoPro Max, das ist ja die 360 Grad Version der GoPro, dass noch zwei weitere, etwas professionellere Projekte im Raum stehen, die im Laufe des Jahres 2022 herausgebracht werden sollen. Was ich persönlich mir vorstellen könnte, ist, dass es ähnlich wie bei der DJI Mini 3 Pro, auch bei der GoPro mal eine Version für professionellere Anwendungen geben wird. Nick Woodman hat auch gesagt, dass GoPros teilweise im Fernsehen eingesetzt werden und so weiter und die technischen Voraussetzungen dieser Kamera eigentlich ein bisschen zu klein für den Standard sind. Ich meine, wenn ich da eine 8K Kinokamera verwende und dann kommen da zwischendurch GoPros Szenen, dann sieht man natürlich offensichtlich den Unterschied. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die GoPro Aufnahmen super schlecht sind, aber gerade wenn es dann in Richtung Dunkelheit geht, schlechtere Lichtverhältnisse, dann sieht man immer schon sehr deutlich, dass es sich dabei um eine Action Cam mit einem sehr kleinen Sensor handelt. Von daher meine Vermutung eventuell für eines der zwei anstehenden neuen Projekte von GoPro, eine Professional-Version mit einem größeren Sensor, damit einhergehend logischerweise auch wahrscheinlich ein größeres Gehäuse, mehr Gewicht und so weiter, nicht mehr darauf getrimmt, möglichst klein, möglichst leicht zu sein, sondern einen Kompromiss zu finden aus, das Ding ist immer noch handlich, das passt immer noch an den Helm dran, kann immer noch überall montiert werden, aber hat nicht mehr ganz so starke Abstriche beim Thema Qualität, wie das so eine klassische GoPro hat. Natürlich alles zu einem deutlich höheren Preis, deswegen auch Professional. Das aber nur Vermutungen. Was es letztendlich sein wird, werden wir dann im Laufe des Jahres sehen. Wir haben ja schon mehr als die Hälfte geschafft, von daher steht da noch einiges im Raum. Ja, was erwarte ich persönlich von der GoPro Hero 11? Ich habe aktuell keine GoPro, habe mich lange mit der 10er beschäftigt, warte momentan aber ehrlicherweise erstmal auf die 11er, weil mir die Erfahrungsberichte nicht so hundertprozentig zusagen. Gerade beim Thema Hitzemanagement soll die GoPro ziemlich starke Probleme haben, von daher habe ich da natürlich Hoffnung, dass die 11er ein bisschen besser wird, vielleicht auch einen neuen GP3-Prozessor, nochmal effizienter als der aktuelle, nicht so eine extreme Hitzebildung und so weiter. Das von mir schon mal Wunsch Nummer 1. Thema Stabilisierung, natürlich wird es auch da sehr wahrscheinlich Hypersmove 5 geben oder Hypersmove 4.5 oder was auch immer. Solche Dinge verkaufen sich immer gut. Wir haben gleich nochmal das Thema Framerates, auch da werden die Zahlen sehr wahrscheinlich nach oben getrieben werden, weil so verkauft es sich nun mal am besten. Ich persönlich, was ich bis jetzt gesehen habe, Hypersmove 4 sieht super geil aus. Ich glaube, viel mehr braucht man momentan nicht, aber mehr ist natürlich immer besser. Auch bei der normalen GoPro kann man natürlich erwarten, dass da kontinuierlich am Thema Lowlight-Verhalten gearbeitet wird. Aber wie gesagt, solange der Sensor nicht deutlich größer wird, wird auch das Rauschverhalten jetzt nicht von heute auf morgen ein Traum sein. Das geht einher mit der kleinen Größe, mit der Kompaktheit und dem geringen Gewicht. Irgendwo müssen da Abstriche gemacht werden. Und ich denke, mit dem aktuellen Kompromiss können die allermeisten sehr gut leben. Wenn da noch mehr drin ist, sehr gerne, würde ich mir natürlich wünschen. Aber ich würde mir auch eine GoPro mit dem gleichen Lowlight-Verhalten kaufen, wenn der Rest stimmt. Dann kommen wir mal zu dem gerade von mir angesprochenen Thema Framerates. Wir haben ja momentan bei der aktuellen GoPro 5,3K, glaube ich. Das wird wahrscheinlich auch angehoben auf 5,7 oder 6K, je nachdem, was da so drin ist. Wahrscheinlich dann erstmal wieder mit 30 FPS, damit dann die GoPro 12 das gleiche mit 60 FPS bekommt und so weiter. Einfach immer ein bisschen spielen lassen, damit das nächste Jahr nochmal ein bisschen was draufgesetzt werden kann und der ein oder andere vielleicht doch nochmal zu einem Upgrade hingerissen wird. Gleiches gilt für 4K. Wir haben jetzt in der aktuellen 10er GoPro 4K 120, eventuell 4K 240, wobei das schon sehr krass wäre. 4K 120 war ja schon ein nicht zu unterschätzender Schritt, aber auch das könnte ich mir vorstellen. Dann Thema Display. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass das Rückdisplay vielleicht randlos wird, also dass da wirklich der volle Platz auf der Rückseite ausgenutzt wird für einen völligen Touchscreen. Müsste ich jetzt nicht unbedingt haben, aber ich sage mal, mehr Bildschirm ist immer besser. Wenn dadurch nicht unbedingt das Gehäuse größer wird, warum nicht? Vorneherum wird sich, denke ich, nicht sonderlich viel ändern. Das Design sieht jetzt mittlerweile seit etlichen Jahren gleich aus. Seit der 9er haben wir jetzt vorne ein Display drin, das wird natürlich logischerweise weiterhin beibehalten. Das ist ein super Feature, aber ich glaube, designtechnisch wird sich GoPro da jetzt mit der 11er nicht sonderlich weit aus dem Fenster lehnen. Warum auch, es funktioniert ja. Ich glaube, es wird einfach nur an den bestehenden Problemen ein bisschen gearbeitet. Wie gesagt, Hitzemanagement und so weiter. Und es wird ein bisschen an den Zahlen gedreht und dann werden wir im September eine GoPro 11 bekommen, die minimal besser ist als die 10er. Aber eine Revolution auf dem Action-Kameramarkt würde ich da jetzt erstmal nicht erwarten. Ganz persönlicher Wunsch, der hat überhaupt gar keine Anhaltspunkte oder dergleichen. Ich weiß nicht, vielleicht haben manche von euch das iPhone 13. Die hat jetzt mittlerweile im Video so einen Porträtmodus. Dieser Porträtmodus imitiert quasi das Bokeh von der Kamera. Also wenn ich mich jetzt hier stark offenbändig filmen würde, hätte ich ja auch einen leicht verschwommenen Hintergrund. Und das macht das iPhone mittlerweile auch im Videomodus. Sowas vielleicht in der GoPro. Rein digital würde ich gar nicht mal so verkehrt finden, beim Vloggen vielleicht einen etwas anderen Look mal zu bekommen. Weg von dem klassischen Action-Cam-Look. Könnte ich mir vorstellen, dass das ohne Riesenaufwand machbar wäre. Der Prozessor sollte das eigentlich auch hinbekommen. Das wäre so ein kleiner Wunsch von mir. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber wäre vielleicht mal eine nette Spielerei, das mal auszuprobieren. Vielleicht ist es dann letztendlich auch gar nicht so cool, wie man sich das vorstellt. Aber das so ein kleiner Denkanstoß von mir. Könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch von der neuen GoPro wünscht. Was euch bei den alten stört, was vielleicht besser gemacht werden könnte und so weiter. Ja und ich denke, das wäre dann auch alles, was man von der GoPro 11 erwarten sollte. Alles andere wäre natürlich ein netter Bonus. Kann ich mir aktuell aber bei den Tendenzen, die wir auch in den letzten Jahren gesehen haben, eigentlich nicht wirklich vorstellen. Man wird natürlich weiterhin darauf achten, dass der Volta-Mod kompatibel ist. Dass dieser Blogger-Mod mit dem Mikrofon, das sehr kompatibel ist und so weiter. Von daher wird man auch am Formfaktor nicht großartig was ändern. Von daher, wie gesagt, wenn die GoPro 11 das besser macht, was die GoPro 10 schlecht macht, dann sehr gerne. Ja und das war es dann auch schon zum Thema GoPro. Kommen wir mal zu dem, was bei mir so die Woche los war. Ich habe auf dem Kanal unter anderem mein Madeira-Wanderungsvideo hochgeladen. Hier mal ein kleiner Trailer. Wirklich ein wunderschöner Ort Madeira. Wer da noch nicht war, schaut euch mal das Wanderungsvideo an. Da werden in Zukunft noch ein paar andere Videos kommen. Ansonsten habe ich doch ein Video hochgeladen, neun Tipps zur Drohnenfotografie. Also wer Drohnenaffin ist oder gerade einsteigt in das Thema, kann sich das Video auch gerne mal anschauen. Ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Buch der Woche, beziehungsweise heute mal Bücher der Woche, sind diese Basic-Bücher hier von Cosmos. Mal was ganz anderes. Das hat jetzt auch nicht unbedingt was mit Fotografie zu tun. Aber das sind so kleine, handliche. Kann man immer im Rucksack dabei haben, wenn man irgendwie draußen in der Natur unterwegs ist. Hier Thema Basic-Gartenvögel beispielsweise. Da sind 121 Arten drin. Von der Rabenkrähe, Mönchsgras, Mücke, Rohrrammer. Also alles, was man irgendwie eventuell mal erblicken könnte, kann man hiermit identifizieren. Ganz grob charakterisiert die Vögel. Super interessant. Ähnlich gestaltet sich das hier mit den Blumen. 158 Blumenarten, die halt irgendwie in Deutschland und wahrscheinlich bei den meisten Menschen im direkten Umfeld wachsen. Finde ich eigentlich ganz interessant, da ab und zu mal drin rumzublättern, wenn man mal eine Frage hat. Abseits von Google Lens kann ich nur empfehlen, die Dinger kosten auch nur 8-9 Euro irgendwie. Von daher, wiegen nix, kann man nur Rucksack dabei haben. Machen eigentlich echt Spaß, wie ich finde. Kommen wir zum Spot der Woche und das ist dieses Mal kein unbekannter und zwar ist es der Königssee. Da war ich letztes Jahr im September und war wirklich beeindruckt davon. Wenn man sich so ein bisschen damit akklimatisiert hat, wie voll es da ist, dass es aber auch Wege gibt, die nicht so überlaufen sind, dann macht es richtig Spaß, nicht nur als Fotograf, sondern auch einfach nur als Tourist, die Natur auf sich wirken zu lassen, diese kleine Bootsfahrt auf sich wirken zu lassen, die komplette Kulisse zu genießen, wirklich wunderschön. Wer mehr zu dem Thema und zum Thema Fotospots in Berchtesgaden hören will, dem verlinke ich hier oben mein Video. Da habe ich alle meine schönsten Fotospots in Berchtesgaden zusammengefasst in einem Video mit kurzen Beschreibungen. Ja und das soll es soweit auch schon zur Kameranews der Woche gewesen sein. Wie gesagt, heute kleines GoPro-Spezial, weil einfach nicht so viel los ist momentan. Da habe ich mir gedacht, frühstücke ich das Thema mal ab. Die Woche kommt noch einiges auf dem Kanal hier online. Ich habe im vollen Upload-Kalender momentan auch viele Sachen zugeschickt bekommen, die ich momentan am Testen bin. Also da ist ordentlich Dampf drauf momentan. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, sehr gerne den Kanal abonnieren. Ich würde mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Wir sehen uns hoffentlich in einem der nächsten Videos wieder. Haut rein. Ciao.